hallo und herzlich willkommen zurück bei city skyline ja was haben wir in der letzten folge gemacht wir haben in der letzten folge diesen wunderschönen kreisverkehr hier gebaut und da brennts schön super wo ist die feuerwehr da menschenskinder bis die mal ankommen und der nächste fährt gleich vorbei oder darauf gepfiffen wird sehr schön so ist gelöst der botanische garten auch sehr schick hier kann man sogar verschieben finde ich sehr gut budgetfenster auf kann man auch direkt hin zu steuern kann man hier noch nichts machen deswegen machen wir doch nichts was wir machen könnten wir könnten irgendwann mal irgendwann auch parks an plätze und schwierige damit kann man die aha ok also tagsüber machen wir das mal auf 110 ja das will ich jetzt haben das ist gut bildung aha sehr gut tagsüber hier so machen wir mal so mal schauen ob wir dann bessere leute kriegen also gebildetere polizei feuerwehr war die arbeit nämlich ganz gut urlaub fuhr eigentlich auch hauen sie mehr wohngebiete ich baue mehr wohngebiete selbstverständlich wie du befiehlst spiel so wir bauen hier mehr wohngebiete und wir ziehen hier wohngebiete rum ja 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 so schön sehr sehr schön mir gefällt das gut mir gefällt das sogar sehr gut da fahren sie alle im kreis 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 herum ja hier hinten fehlen arbeiter immer noch noch und löcher ah ja wir haben ja gerade strom angepasst oder nein haben wir nicht machen wir noch wir können hier strom mein budget hier budget und dann strom 130 wo man müsste eigentlich auch mehr strom geben jawohl sehr gut ihr seht mein geld es läuft ja so übel habe ich mich am anfang gar nicht angestellt wir haben das ganz ganz gut gemacht mir ist auch gesagt wurde ich soll dieses abstellen ist gar nicht so einfach wenn man alleine vom rechner sitzt und mit seinem mikrofon redet ohne tatsächlich irgendwann mal eine antwort zu erhalten aha so das wird wohl so nichts was bauen sie mehr kraftwerke du rätst dich da leicht wir bauen kraftwerk was bauen wir denn für kraftwerke wir könnten fortschrittliche windturbinen bauen oder noch mal sauberes kohlekraftwerk ich wäre fast für das kohlekraftwerk so hier hinten in die ecke rein dahin ich glaube das machen wir auch so dann können wir nämlich auch mein budget wieder ein bisschen runter gehen glaube ich wir gehen da mal auf ja ich sag mal 108 108 runter ja haben immer noch alle strom und wir müssen ja nur gucken dass wir irgendwann sauberer werden ja also hier ist ein kraftwerk noch und wasserkraft haben wir hier noch und solarkraft haben wir noch und was können wir noch haben saubere kernkraft gut ich glaube wir werden irgendwann auf saubere kernkraft umsteigen ganz sauber so hier sehen wir schon wieder wie die leute hochgehen was haben wir denn hier alles noch wir haben hier noch mal picknick platten und basketball platz der macht richtig kann man den schade das wäre es jetzt gewesen hier so aha muss der gar nicht braucht ja keine straßen anbindung ich lese mal steht jetzt nichts dabei klatsche es mal dahin er wird mir dann sagen wenn er anbindung möchte er möchte anbindung das war klar aber wir sind ja nicht doof wir schauen jetzt mal ob dem so ein ganz normaler fußweg reicht es wäre natürlich schön dann müsste man da nämlich nicht irgendwie so mit parken und so sondern dann würde ja ein fußweg reichen eigentlich denke ich so autobahn abfahrt wo habe ich diesen blöden war das auch hier nein oder wo sind das transport irgendwo muss der fußweg sein ich habe schon eingebaut wahrscheinlich hier genau da kiesweg aber schauen mal ob das geht hier so vielleicht zum hallo ach so ja hier so vielleicht von geht nicht oder dachte ich mir doch in die richtung auch nicht warum geht das nicht wir schauen mal hier so jetzt angebunden aber zählt er das als straße ich glaube es nicht oder hätte ich jetzt auch gewundert sehr schade sehr schade wir machen das mal so und dann möglich straße die straße so dahin sehr 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 schade so brauchen wir gerade schauen ob das überhaupt geht genau so habe ich mir das gedacht genauso ich will eigentlich dieses basketball fest ist nicht ab basketball fällt nicht abreißen wenn ich ehrlich bin ich kann es verschieben gott sei dank gott sei dank ich kann es verschieben da hinten schon wieder kein wasser ich würde das so gern hier in der ecke lassen aber müssen wir wohl müssen wir wohl so jetzt sind die einen glücklich und die anderen traurig und da unten haben wir schon wieder kein wasser net warum haben wir kein wasser net wir haben kein wasser net weil wir kein wasser mehr haben schöner satz ne ja die stadt braucht mehr wasser ich hab's verstanden hier direkt angeschlossen oder so genau direkt mit angeschlossen und schon haben sie wasser genau wie gesagt so habe ich mir das vorgestellt einrichtung voll gucken wie sieht es aus das ist glaube ich bei müll dabei jawoll da ist die mülldeponie die bauen wir dann in windrichtung links und da fahren sie die müllautos schon sind sie unterwegs kaufen sie neues land ich will noch kein neues land kaufen und das verdammte spiel versucht mich die ganze zeit in versuchung zu führen ich möchte das nicht was ich mir gedacht habe ist schön wäre es wenn wir das die stadt hier auf diesem feld optimieren könnten um dann erst mal ja ok gebäude in andere einrichtungen budgetfenster aufrufen aber auch mit budgetfenster ja mehr fahrzeuge natürlich nicht mehr platz da sind die ersten verbrecher das ist super jetzt geht alles den bach runter alles so müll verbrecher alles aber sieht noch gut aus mit der einen feuerwache polizei wache gut knast ist voll geschäftige kleinstadt jawoll richtlinien stadtplanung gebäude tourismus freizeit öl kostenloser nahverkehr gibt es hier nicht verbot für starken verkehr kann könnte können könnte es geben könnte es geben schöne neue straßen großes polizeirevier erdöl großes krankenhaus große feuer ist wir haben großes feuerwehrhaus ja ich kann sprechen hurra shopping statu platz der toten aha gut da fühlen sie treibend stanz und friedhof gut ja bestimmt nein errungenschaften haft jetzt ist aber der wurm drin du so meilenstein was gibt es als nächstes aha das nächstes gibt's u-bahn und die hier endlich da freue ich mich schon sehr drauf da freue ich mich wirklich schon drauf und auf den hier gott freue ich mich auf den hier so und hier runter hier immer noch müll 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 wie sieht es denn aus hier beim krankenhaus wo ist denn das krankenhaus da ist das kranke gesundheit bestattung ja auch das wird langsam eng ich sage jetzt mal eng die müll fahrer müssten da aber hinkommen überall oder ist das polizei kommt hin dann also wenn polizei hinkommen kommt müll auch hin ganz ganz sicher rote ansehen nein ich will nicht wissen wohin sich die bürger bewegen da will ich jetzt mal kurz okay und mit dem ein stück mit fahren ist auch schön oder so machen wir mal so nein ich will mit dir mit fahren warte so ich will dir folgen ist auch mal schön ich weiß bei mir gibt es diese ich perspektive momentan gerade noch nicht weil ich den not noch nicht gefunden habe aber wenn ich ihn finde wenn dann fahren wir auch mal im polizeiauto mit sieht schon gut aus so wenn ich jetzt mit dir mit fahre kraft heute haben wir es heute haben wir es einfach drauf volle kandare also ich zumindest und jetzt muss man schauen wenn wenn mal einer hier rein kommt in die stadt wir probieren das jetzt wir schauen uns das mal an hier wenn mal einer rein kommt in die stadt obwohl moment ich habe gerade meinen ich habe gerade meinen denkfehler gefunden ich habe gerade meinen denkfehler gefunden wenn ich jetzt nicht abreißen kann ich dich abreißen gebäude ist nicht leer ich habe es befürchtet aber wenn ich jetzt nicht packe und es hilft nichts wir werden es da hinten hin klatschen müssen das müsste auch passen so dann müssten wir alle erwischen der müll stand natürlich bis oben hin weil die eine deponie voll ist ja war jetzt ein denkfehler von mir passiert aber es wird geschrien wir wollen mehr industrie darauf sieht dies zu spielen spielindustrie gigant hier jetzt auf uns im schiss es ist super also ernsthaft so von 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 so vom grad wann alles anfängt schief zu gehen ist das spiel super ich habe für sieben euro noch nie so viel stress gehabt das wird star arbeiter so ich werde mal gucken ob ich hier noch einen rumziehe ich glaube das kommt ganz gut oder so vielleicht verzeihung vielleicht hier so in schön so mit bäumchen wo ich versuche das mal so hierher und dann einer zwei drei falsch ich möchte den in beide richtungen befahrbar in dem fall jetzt genau so und dann hierher korrekt korrekt und dann von hier aus 12 23 das geht nicht mehr das geht dann nur so möchte ich das so oder möchte ich den wir verzichten jetzt auf ein kleines wenig auf ein klein wenig platz auf ein ganz klein wenig zugunsten von wir haben hier eine kreuzung das sieht gut aus das gefällt mir so und was wir jetzt hier machen wir schnappen uns wieder und wir machen jetzt hier machen wir jetzt so eine einkaufs zeug rein so hierzu passagen mäßig ja und dann packen wir uns die hier und das verstehe ich gar nicht das verstehe ich nicht das sollte theoretisch gehen jawohl das geht schade dass man da jetzt keine parks hin machen kann das ist jetzt schon traurig wenn ich ganz ehrlich bin das ärgert mich jetzt ein bisschen dass man jetzt hier zum beispiel nicht so ein karussell hin bauen kann ja weil das ist ja auch irgendwo eine straße auch wenn es fußgängerweg ist aber trotzdem ist ein bisschen ärgerlich meiner meinung nach gut schön hier rüber läuft aber naja so aber was wir jetzt machen können haha wir können jetzt von hier aus hier so rüber nein können wir nicht doch können wir so genau und dann von hier weg nach da so genau das sieht nämlich ganz hübsch aus finde ich ja das finde ich schon wirklich schick ja und man kann da zu fuß hingehen bis wir da irgendeine bushaltestelle haben oder dann werden wir nämlich auch große gewerbegebiete bauen wenn das alles so anfängt da war es wieder für die leute die mit zählen so da haben wir was gelbes wollen sie auch man will ja auch schön viel industrie ach ja da habe ich ja den parken genau den parkplatz so sieht es eigentlich aus wenn ich jetzt hier da das mal an male kommt da was oder eher nicht auch das werden wir testen wir bauen jetzt hier übrigens immer hübscher und das hier oben reißen wir mit dem nächsten aufstieg ein bisschen ab und da kommen dann die ganzen mietskassieren hin ja genau so machen wir das und ich weiß immer noch nicht welches feld ich kaufen soll das oder das mitunter auch ein hauptgrund warum noch kein feld gekauft wurde und ich mir eine ausrede gesucht habe warum ich noch nichts kaufe so ach wir spielen ja gar nicht minecraft so verdammelig jetzt habe ich gedacht ich kann hier mit ein paar villager geräuschen punkt aber nein gibt es da noch andere da gibt es keine männer das ist tschuldigung das ist ein anderes paket ja leider exakt so aber autobahn mit lärmschutz gibt es das ist wichtig das ist sehr wichtig so schon wieder 20 minuten um wahnsinn wie es hier wie das hier läuft wenn es läuft so wir versuchen das da ich finde das hübsch und zwar tatsächlich als einbahnstraße und zwar von hier oben runter freies straßen formen geht das warum geht das nicht das verstehe ich zum beispiel auch überhaupt nicht ja ich verstehe dass ich hier oben versehentlich was wegreiß wegreiße aber ich verstehe nicht warum ich das nicht darf oder hier oder das ist was was mir irgendwie gar nicht eingeht das jetzt so mache und dann hier so schräg rüber warum ich das nicht bauen darf ja also er sagt ja auch nichts ort das belegt ja und dann geht das wohl sehr gut das gefällt mir doch da bin ich auch wird und mehr industrie auch hier oben und hier an der seite und hier in der mitte hübsch, 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 so, dann schauen wir mal weiter, was haben wir hier, ah, aufgewertet, okay, ich verstehe, Premium Trailer Park, so, hier unten kommt auch was, schön, gut, freut mich, und hier oben natürlich auch gleich, natürlich, was willst du mir jetzt erzählen, warum hast du keinen Strom, erzähl doch, Müll, 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 dann weg damit, so, ist alles auch so angeschlossen, da ist schon wieder verlassenes Haus, weg damit, ja, kann man machen, kann man machen, so, ich möchte, ich würde sagen, wir machen da nochmal so, den hier, den nicht, aber den hier, den machen wir mal so, so, ich hoffe ja, dass das Let's Play ein bisschen erfolgreicher wird, weil, ähm, naja, Minecraft macht zwar Spaß, aber ist halt unendlich, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, ja, ob das Mod-Paket jemals enden wird, das ist auch so eine Frage, kann man stellen, muss man nicht, so, ja, und das ist ja auch eigentlich nur zum Spaß, also Minecraft ist ja wirklich so, kann man halt schön im Stream spielen, Stream übrigens, ne, Freitag, Freitag, 19 Uhr, hoffentlich, mit Neo, in der Hoffnung, dass er Zeit findet, für mich, so, jetzt war ich kurz abgelenkt, Entschuldigung, so, hier, da kann man wieder ein bisschen, schon gesehen, sehr gut, so, ja, Wasser, why, ah, deswegen, okay, ich verstehe, muss da mehr ran, 90 Grad, hier hin und drüber, bis daher, und dann noch, so, das wird so schrecklich, wenn wir die TLCs holen, es wird so grausam, ich böppel den mal hier an und dann, ja, verdammt, ich hab's mir fast gedacht, ich hab's mir eigentlich fast gedacht, aber es hilft nichts, muss man halt, einmal den hier, wenn es dann in der Mitte eine Straße gewesen wäre, wäre es mir egal gewesen, aber, nein, so nicht, Feuerschutz, neues Gebäude, ich bin dafür, neues Gebäude, direkt hier hin, direkt, so, oder noch besser, hier hin, sollte genug abdecken, machen wir, geht bis hier hin, da seht ihr euch das an, seht ihr euch das an, die ganze Stadt, die ganze City, sehr gut, und beim Polizei bin ich am überlegen, ob wir das hier nicht einfach wegreißen, also hier das kleine weg und das große direkt hin, das werden wir jetzt auch machen, weißt du was, hier, zack, hoppala, da, ja, und das, das ist das große, oder, ja, Polizeihauptquartier, zack, drauf, auch da sind sie alle voll happy, sehr gut, und hier haben wir auch ein neues Gebäude, das Krankenhaus, ja, da brauchen wir noch ein paar Menschen für, okay, oder Menschen oder Tote, Menschen, da brauchen wir noch ein paar Menschen für, und das Krankenhaus, das kommt jetzt, was weiß ich, weil es ja eigentlich nicht direkt hier beim Friedhof haben, wenn ich ehrlich bin, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber, ich glaube, das macht sich hier irgendwo echt gut, so, ich glaube, da so her, so, ist ziemlich zentral, beziehungsweise hier, boah, das ist es doch, oder, hier, und, klatsch, und ich glaube, dann können wir das kleine Ding hier oben wegmachen, einfach, finito, ja, hier, wäre ich mit dir, zack, klatsche, sind sie alle unglücklich, ist mir jetzt gerade, echt, egal, da geht es um, nicht viel, aber das sieht doch gut aus, das hat doch was, ja, finde ich auch, so, hier rüber, da haben wir einen vergessen, so, und hier rüber, sehr schön, aber wir brauchen noch blau, mehr Gewerbe, so, hier weg, weil da wird die Straße, kommen, die wird kommen, mit Sicherheit, ja, hat doch was, oder, ich schaue mal eben nach, ob wir irgendwo, Probleme im Verkehr haben, ja, haben wir, ich weiß aber nicht, was ich dagegen tun soll, wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann diesen Park nehmen, kann den hier verschieben, so, dann hierher, hierher, das sieht auch hübsch aus, ich glaube, ich glaube, wir graben hier nochmal, so, 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 das ist schön, hier sind wir Bäumen, das hat was doch, das gefällt mir, sieht gut aus, habt ihr, oh, der hat sogar, oh, geht da was flöten, irgendwo, nein, hier, machen, jawohl, sieht gut aus, gefällt mir, gefällt mir, sehr, selber, sehr gut, hier können wir leider nicht upgraden, leider, würde ich auch gern, geht aber noch nicht, müssen wir mehr Gebiete kaufen, macht mich fertig, das Ding, absolut, ach, so, so, so und so, und hier runter, ja, da geht mir zu viel flöten, oder, ich würde sagen, ich würde sagen, da geht zu viel, geht auch viel, geht das gleiche, ist nicht, nicht gut, das ist nicht gut, so, und hier, das machen wir jetzt noch eben, äh, ja, sehr schön, natürlich in beide Richtungen, selbstverständlich, und wir gucken noch mal, wie im Verkehr, ist weniger geworden, wie gesagt, hier oben können wir nichts dagegen tun, wir kommen nicht dran, ich würde hier auch gern, zweispurige Ausfahrten machen, aber wir kommen noch nicht dran, leider, leider, hier, Kreisverkehre, eigentlich ganz gut, gefällt mir, ich glaube, die Autobahnmeisterei gibt es, hier nicht, also die, für, dass Straße besser, schöner ist, ich glaube, das gibt es hier nicht, hier gibt es, Busdepot, und, dann die anderen Sachen, Monumente, haben wir auch nicht, so, hier haben wir dann Kanäle, einzelne Steine, wenn wir mal, den Park selber bauen wollen, so in, den Ausmaßen, vom Central Park, und hier die ganz normalen Erhöhungen, und, kleiner machen, und, nee, momentan, alles noch nicht notwendig, er, erde Verfügbarkeit, sehr gut, wenn man hier irgendwo was baut, oder so, hier sieht man auch, da ist so eine ganz tiefe Stelle, und Verwerfungen, und so, und hier geht es nach oben, also, wenn der Fluss mal steigt, dann, wird aber jetzt momentan, auch nicht passieren, weil wir das Add-on, mit Natural Disasters, nicht haben, ja, der Ton verrät, die halbe Stunde ist um, es ist schon wieder so weit, hier, schön, allererster Kreisverkehr, wunderschön gemacht, aber, ich glaube, wir gehen auf die Hauptstraße, also hier, so schön nach unten, und dann, ein Stückchen nach hinten, mit den Bäumen, das ist, das sieht, schon, super aus, ehrlich, vielleicht noch ein Stückchen, da wo die großen Straßen, aufeinander treffen, genau, hier, da ist dann die Garlandstraße, so, hier, oder, was meint ihr, schön nah ran, so, hier wieder mal, mit der Brücke im Hintergrund, das muss, bei Sonnenaufgang, während alle anfangen, Stromprobleme zu haben, ich glaube, wir haben nur Stromprobleme, weil, ich weiß nicht, wir machen das mal so, müsste ja tagsüber sein, oder, nein, ist noch Nacht, zählt das noch als Nacht, es zählt noch als Nacht, ich hätte es nicht gedacht, ich hätte es nicht gedacht, es zählt noch als Nacht, so, ich weiß übrigens, immer noch nicht, ob man diese Gui da unten ausschalten kann, ist aber nicht schlimm, so, während dem Verkehrschaos in der Früh, alle wollen arbeiten gehen, und ich sage jetzt, mit Stromproblemen, auf die Schnelle, nicht Tschüss, sondern ich muss mich noch um das Stromproblem kümmern, um das Stromproblem kümmern, so, das ist Öl, macht das mehr, kostet das, das kostet bedeutend mehr, Wärmebelastung, Wärmebelastung, Verschmutzung, Verschmutzung ist bei Öl weniger, gut, würde ich sagen, ich baue ein Ölkraftwerk, ich reiße hier Kohle weg und baue Öl, so, hier, jetzt sind wir beide kurzzeitig da, Verschmutzung von Öl auf Kohle ist geringer, hätte ich nicht gedacht, ist aber anscheinend so, und, hurra, wir haben es geschafft, alles noch gut, hier hinten, alles verdreckt, der Fluss, boah, seht euch den Fluss an, oh Gott, wir sind Umweltsünder, wir müssen, ein Klärwerk bauen, sobald wir es bauen können, müssen wir ein Klärwerk bauen, und aus dieser Position, sage ich jetzt zu euch, ich wünsche euch noch einen schönen, was auch immer, ihr gerade habt, auf alle Fälle einen schönen Tag, und, tschüss! . . . Vielen Dank.